Hallo und herzlich willkommen, ich bin Sanfinkoll und ich mache für euch das Review zum T-Bone SC440 USB Mikrofon und damit ihr gleich einen Eindruck habt, wie das Mikrofon klingt, spreche ich das gesamte Review mit dem T-Bone SC440. Das T-Bone SC440 hat nur einen einzigen Anschluss und das ist der USB Anschluss auf der Unterseite. Das SC440 kann man sowohl hochkant am Schockmount, am Stativ montieren, als auch hängend. Der Schockmount oder die Spinne hält das Mikrofon richtig, richtig bombenfest, es kann also nicht herausfallen, da braucht ihr keine Angst haben. Das Mikrofon und das gesamte Zubehör wird in einem stabilen Koffer geliefert, der innen drin auch ausgekleidet ist mit Schaumstoff. Alles stabil und gut verpackt und der Koffer ist auch stabil. Der Schockmount ist aus Metall und macht einen hervorragenden, wertigen Eindruck. Mit dabei ist ebenfalls ein USB-Kabel in ausreichender Länge. Außerdem natürlich das Mikrofon. Komplett aus Metall ebenfalls, der Korb oben ist aus Metall, also eine stabile, wertige Ausführung. Wer natürlich noch was lesen will, kann die Broschüre noch lesen oder das Datenblatt mal einen Blick reinwerfen. Natürlich benötigt ihr auch noch ein Stativ, wie entweder dieses Tischstativ oder einen coolen Studioarm, den ich zu Hause habe oder aber ein Dreibein für den Boden. Es gibt das gleiche auch noch für den Tisch ein Dreibein oder mit runden Standfuß. Es gibt alle möglichen Variationen an Standfüßen. Die Montage ist denkbar einfach. Ein Reduziergewinne wird mitgeliefert. Einfach nur ein bisschen rumdrehen, ansetzen, rumdrehen, festziehen ein bisschen und der Schockmount sitzt fest am Stativ. Mit der Flügelschraube kann man die entsprechende Position verstellen und das Mikrofon hervorragend positionieren. Am Schockmount sind zwei Klammern angebracht. Die drückt man zusammen und dann kann man das Mikrofon reinstecken, bisschen andrücken und es sitzt wirklich bombenfest. Es kann nichts passieren. Es sitzt wirklich richtig fest. Zu guter letzt braucht man natürlich auch noch ein bisschen Saft und Anschluss, denn das Mikrofon ist ja ein Kondensatormikrofon, benötigt eigentlich Phantomspeisung, aber da ja ein Sound Audio Interface verbaut ist, einfach den USB Stecker unten reinstecken, aber so auf keinen Fall, sonst kann das Mikrofon rausfallen. Einfach die Flügelschraube lösen, Schräg stellen, Mikrofon vorne festhalten und den USB Stecker mit leichtem Druck einfach einstecken. Durch den leichten Druck könnte das Mikrofon nämlich rausfallen, aber wenn man es vorne festhält, kann es nicht rausfallen. Flügelschraube lösen, Mikrofon wieder entsprechend positionieren und die andere Seite des USB-Anschlusses im Computer fertig. Natürlich benötigt man unbedingt einen Pop-Schutz, denn es ist ein Kondensatormikrofon, ein Studiomikrofon. Es ist sehr empfindlich und deshalb ist das gut für die Poplaute, für die Explosivlaute P und T. Wenn das Ganze nicht drauf ist, dann ist das schon sehr nervig. Es gibt natürlich diesen Pop-Schutz in verschiedenen Farben. Den hier habe ich von meinem Electro-Voice RE320 mal ausgeborgt, damit man sieht, wie sowas aussieht. Der ist ein bisschen zu klein, aber es gibt auch entsprechend passende für das T-Bone SC440, in Rot, Gelb, Grün, Blau, wie man denn möchte. Und wenn man es richtig cool haben möchte, dann kann man sich zum Beispiel ein Pop-Shield zulegen, so wie das hier. Kostet natürlich um einiges, immer ein Vielfaches mehr als so ein Schaumstoff-Pop-Schutz. Der kostet 1,50 Euro, in passender Größe vielleicht 2,50 Euro und so ein Pop-Shield geht los ab ungefähr 15 Euro. Ist also schon ein Unterschied. Wer es cool möchte, holt ihn Pop-Shield, ansonsten so ein Schaumstoff-Überzieher. Beide erfüllen ihren Zweck eigentlich richtig gut und die Pop-Laute werden gut gefiltert. Was man natürlich noch braucht, ist eine gute Aufnahmesoftware. Es gibt da zwei Möglichkeiten. Entweder man kauft sich eine Software für teures Geld oder man lädt sich OuterCity runter. Die Software gibt es kostenlos im Internet. OuterCity bietet richtig viele Features, gute Features, ein umfangreiches Programm und trotzdem leicht zu bedienen. Ich habe das erste Mal es heute benutzt und ich bin gut zurechtgekommen damit. Ich habe noch nie mit OuterCity zu tun gehabt. Das Eigenrauschen des T-Bone SC440 liegt bei 26 Dezibel. Der Frequenzbereich zwischen 20 Hertz und 18 Kilohertz und der maximale Schaltdruck liegt bei 120 Dezibel. Die Software ist insofern gut, denn das hohe Eigenrauschen kann man mit OuterCity relativ gut in den Griff bekommen. Und man kann natürlich auch noch den Aufnahmepegel, etwas runterschrauben. Ich habe ihn zum Beispiel bei mir auf ungefähr 80-85% stehen. Und wenn man etwas näher rangeht, dann kann man auch den Aufnahmepegel noch ein bisschen weiter runterschrauben. Dann ist das Rauschen nicht mehr so stark. Und wenn man dann noch die gesamte Aufnahme nachbearbeitet mit OuterCity, dann kriegt man das Rauschen wirklich sehr gut in den Griff. Man kann es wirklich gut in den Griff bekommen. Allerdings ist es mit ein bisschen Arbeit verbunden. Wer sich richtig mit dem Programm beschäftigt, kann natürlich optimale Ergebnisse erzielen. Auch mit einem Mikrofon, das normalerweise relativ stark rauscht. 26 Dezibel ist eine ganze Menge. Wenn man mal überlegt, das Rode NT1-A hat weniger als 5 Dezibel. Und das hier hat 26 Dezibel. Das ist schon ein riesen Unterschied. Aber man kriegt es in den Griff. Ihr könnt euch ja selbst ein Bild machen. Ihr hört es ja selbst. Man hört nicht mehr viel vom Rauschen. Wenn ihr noch Fragen zum Mikrofon habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare unten reinschreiben. Ich versuche sie dann nach besten Wissen zu beantworten. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch geben. Oder aber auch Kritik schreiben. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Eine gute Nacht, wann auch immer ihr das Video anschaut. Tschüss, bye bye. Winke winke. Hier war Sanfinkol. Bye bye. Tschüss.